Salzburg ist bereit für Lille, Pep Guardiola hofft, dass Lionel Messi spielt und die jungen Wilden werden Ende Oktober in Wien aufschlagen. Das sind Ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Red Bull Salzburg hat in der Admiral Bundesliga nach neun Spieltagen noch keinen Zähler abgegeben und auch in der Königsklasse soll morgen der erste Dreier her. Im Heimspiel gegen den französischen Meister Lille haben die Mozartstädter richtig gute Chancen. Kapitän Andi Ulmer ist vor dem Duell zuversichtlich, zeigt aber auch Respekt für den Gegner. Ich wünsche mir drei Punkte morgen auf jeden Fall, aber René hat es gesagt, das ist jetzt keine einfache Aufgabe, es ist eine gute Mannschaft, aber ich denke, dass wir auch gerade zu Hause oft richtig gute Spiele schon abgeliefert haben und dass drei Punkte natürlich schon möglich sind, aber dafür brauchen wir auch wirklich eine richtig gute Leistung. Eine richtig gute Performance haben die Mozartstädter bereits am vergangenen Wochenende in Wolfsberg gezeigt. Die Jeisler-Elf setzt sich mit 0 zu 2 durch, die Abwesenheit von Maxi Wöber ist somit nicht ins Gewicht gefallen. Aber wie sieht es eigentlich morgen aus? Grundsätzlich werden wir morgen vier Innenverteidiger im Kader haben, ohne zu viel vorneweg zu nehmen. Max wird ein Teil davon sein und noch ein bisschen Zeit ist bis zum Anpfiff. Deswegen werden wir heute mal das Abschlusstraining da nochmal wirken lassen und uns die Eindrücke da nochmal zugute führen, wie es Max heute geht. Aber es schaut ganz gut aus. Wir drücken die Daumen, dass die Bullen personell aufgestellt sind und sich die ersten drei Zähler in der Gruppenphase holen. Anpfiff ist morgen um 21 Uhr in Wals-Sitzenheim. Bevor die Salzburger morgen ihr zweites Gruppenspiel bestreiten, kommt es heute zum Kracher-Duell zwischen zwei Titelanwärtern. Paris Saint-Germain empfängt Manchester City im Prinzenpark. Und schon im Vorjahr sind die beiden Teams im Halbfinale aufeinander getroffen. Damals hatten die Citizens das bessere Ende. Im Finale gegen Chelsea konnten die Sky Blues ihren Titeltraum aber nicht verwirklichen. Bei den Briten wird Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan definitiv ausfallen. Coach Pep Guardiola schielt aber auch in Richtung des gegnerischen Kaders, wo es zum Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten kommt. Lionel Messi steht bei PSG seit Sommer unter Vertrag, konnte die letzten zwei Spiele aufgrund einer Kniebläsur jedoch nicht bestreiten. Für den Wert des Spiels hofft Guardiola, dass der Argentinier spielen kann. Zum Auftakt hat City mit 6 zu 3 gegen Leipzig gewonnen. PSG hingegen musste sich mit einem 1 zu 1 Remis in Brügge zufrieden geben. Und einmal bleiben wir noch beim europäischen Spitzenfußball. Die UEFA hat jetzt nämlich auf eine richterliche Androhung aus Spanien reagiert und die Verfahren gegen drei abtrünnige Super League-Klubs eingestellt. Dabei handelt es sich um die spanischen Top-Teams Real Madrid und den FC Barcelona sowie Juventus Turin aus Italien. Man sei nach einer Prüfung zum Entschluss gekommen, dass eine juristische Auseinandersetzung nicht im eigenen Interesse und des der Mitgliederverbände sei. Zwischenzeitlich stand ein Champions-League-Ausschluss der drei Top-Vereine sogar im Raum. Trotz dieser Entscheidung bewahrt die UEFA seine Haltung gegen die Gründung einer Superliga. Seitens des Europäischen Verbandes werde man alles unternehmen, um jegliche Formen einer abtrünnigen Liga zu stoppen. Erst im April hat die Veröffentlichung der Super League-Pläne die Fußballfans geschockt. Und damit wechseln wir zum Tennis, denn in knapp einem Monat schlägt wieder die Tennis-Elite in der Wiener Stadthalle auf. Und eines sei schon mal vorweggenommen, das Teilnehmerfeld besteht aus vielen Shootingstars. Beim Turnier werden weder der Weltranglisten Erste noch der verletzte Lokalmatador Dominik Thiem teilnehmen. Stattdessen wird die junge Garde für Furore sorgen. Das hochkarätig besetzte Turnier wird von Stefanos Tsitsipas angeführt. Dahinter warten Alexander Zverev, Matteo Berrettini und Kaspar Rüth. Keiner der genannten Spieler ist älter als 25 Jahre. Hinzu kommen noch weitere Rookies, die die Qualität in der Stadthalle erhöhen. Der Kanadier Felix Oscher-Aliassim, der Pole Hubert Hurkasch sowie der Südtiroler Yannick Sinner gehen ebenfalls an den Start. Fest steht auch, dass zwei fixe Wildcats bereits vergeben worden sind. Der dreifache Grand Slam-Sieger Andy Murray sowie der italienische Shootingstar Lorenzo Musetti ist eine Teilnahme zugesagt worden. Gespielt wird übrigens vom 23. bis zum 31. Oktober. Abschließend kommen wir noch zum Motorsport. Denn nach dem tödlichen Unfall des 15-jährigen Nachwuchs-Bikers Dean Bertha Vinales zieht ein Fahrer Konsequenzen und wird mit sofortiger Wirkung seine aktive Karriere beenden. Der 37-jährige Fahrer Michel Fabrizio wird sich aus Respekt vor einem Menschenleben zurückziehen und nicht mehr fahren. Er habe einen schlimmen Tag erlebt und vor allem den Verlust eines Fahrers, der erst 15 Jahre alt war, mitbekommen. Dabei spart er auch nicht mit Kritik am Motorrad-Weltverband. Er sehe eine Gefahr darin, dass junge Fahrer zu großen Gefahren ausgesetzt werden. Die letzten Monate haben auch gezeigt, dass das Berufsrisiko gestiegen ist. Außerdem sei der Fahrstil von Marc Marquez zum Bezugspunkt für junge Fahrer geworden, die die Leistungen nachahmen wollen. Das führt dazu, dass sie mehr riskieren und am Limit fahren. Es bleibt zu hoffen, dass die Negativ-Serie auf zwei Rädern endlich ein Ende gefunden hat. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Im Krone.at-Live-Ticker sind Sie natürlich mit dabei, wenn es um die heutigen Champions-League-Partien geht. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie am morgigen Mittwoch wieder einschalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017